Raus aus dem Weltmeister, und das könnt ihr mal, ich hab ja sehr lange Zeit zuerst mal wieder ein Achterfeld in Probon haben, mit einem Haftpassport. Achterfahrer am Start, aber aus Schweben auch... Ja, of course he was. No, it was really that bad, we thought he had some very problems, but he actually... Der Wagenhäster ist der 697, Jan Alpiss, der schwarze Linz, ist aktuell 6, dann ist der 690, und Ulf Wagenhäster kommt auf die rechte Seite mit seinem Dodge Avenger, der mit einem Sitting on Last 25 Placer 6.9, was wurde so hochgekommen. Der Wagenhäster ist der 690, Jan Alpiss hat einen guten Laufgang, der 690, der schwarze Linz, der ETO von TV Racing, und er sagte, wir sind ein... In Amerika, of course, ist der Weg... ...und they used to run now to motor pro store, but it's good to see Christian out here with this guy, but some setup issues with the car, he keeps them in about 690, something like that, he does have horsepower definitely. Magnus Bettson, with the black and red GT-O. und in diesem Regelwerk noch, hier und da ein APS zu finden, das ist die 4.694. AP3, man... See, that was just another good guess again, I think that was, wasn't it? But no, when you... When you look... ... ... ... ... ... ... Auf der anderen Seite, Michael Mungrave ist ... Wie erwartet man diese zwei rundherum mit dem gleichen Nummer? Michael Gleam hat endlich seinen ersten Sieg Gleam gestern. Er ist einfach nicht so gut, wie er eigentlich macht. Nein. Er kann uns nicht sagen, was er ist. Otherwise, wir hätten keinen Sinn. Wir müssen noch arbeiten für das Wochenende. In der Oberweilbräume braucht noch einige Kilometer auf Doppel der ersten Station. Wir müssen uns nicht sagen. Ich habe mich selbst erlebt, Michael Weinbrecht, der war auch der GPO-Bahn Thomas Lindström. Während die Mehrzahl der Pro-Karten musste er den Titel abheben an Thomas Lindström. Genial und versucht alles und dieses Jahr wieder Europa meistert. Das kann nicht einfach sein. Thomas Lindström.